Riesenfreude im Hause Kardashian. Das dritte Kind ist da. Kim Kardashian und Ehemann Kanye West werden erneut Eltern. Diesmal bringt allerdings eine Leihmutter die Tochter zur Welt. Weil Kim bei der Geburt ihres zweiten Kindes, Sohnemann Zaid, schwere Komplikationen hatte, aber das Paar unbedingt noch ein drittes Kind wollte, entschied man sich für eine Leihmutter. Auf ihrer Homepage schreibt der 37-jährige Reality-Star, Sie ist da! Das Töchterchen wird am Montag, den 15. Jänner um 0.47 Uhr in Los Angeles geboren und wiegt etwa 3.200 Gramm. Die Dreifachmutter schreibt, Kim dankt dann auch noch artig dem Ärzteteam der Leihmutter. Doch ein Geheimnis hält die sonst gar nicht öffentlichkeitsscheue Kurvenqueen zurück. Den Namen der Kleinen. Doch so wie wir die Social-Media-affine Kim kennen, wird sie auch wohl damit rausrücken. Und bald sind die ebenfalls schwangeren Khloe Kardashian und Kylie Jenner an der Reihe. Die Schmerzeteam der Leihmutter. Und die Kreinen, die sich für ihre Augen anb evaluatingen und die Schmerzeteam der Leihmutter verdeuteln. Untertitelung des ZDF, 2020